Wo ist der Rest? Okay, das soll kein Lächter gewesen sein. Ich denke mal, ja. Okay, wir sollen hier das Gebiet schnellstmöglich verlassen. Okay. Okay. Waren das alle? Boah, wie die Hörer im Gestell hangen. Okay. Ach, ich muss ja zuerst doch den Kreidel durchsuchen. Okay. So, komm, Kreis. Das sieht noch erstaunlich gut aus, für das, das ihm... ...ein Konvoi um die Ohren flog. Na ja. 19.000 Punkte, dann gehen wir weiter. Die V2-Produktionsstätte war, glaubte ich fast am Ziel zu sein. Ich musste es nur hineinschaffen, die drei restlichen Ziele eliminieren, den Ort in die Luft jagen und nach Hause gehen. Ganz einfach. Die Thompson, die Willroth. Die Thompson, die Willroth. Und ja, dann let's go. So, und das war die letzte Mission, die ich noch bis zur Hälfte kenne. Ich habe sie nur bis zur Hälfte gezockt, danach war die Aufnahmesession zu Ende. Und ja, wir müssen hier dieses Gebiet cleanen, haben auch eine kleine Unterstützung, nämlich... ...komm schon, diese Geräusche. Auf Wiedersehen. Dich werde niemanden fangen müssen. Haben Sie Verdacht geschöpft? Ne, alles ruhig. Da spritzt ganz schön Blut. 145 Meter tödlicher Treffer. Und da war ja noch ein Sniper. Habe ich noch gar nicht gesehen. Patsch Junge. Okay. Scheint alles ruhig zu sein. Dann machen wir uns auf den Rückweg. Und du kannst mir mal deine Muni hier lassen. Ich glaube nicht, dass du noch Muni brauchst. Und dann verpieseln wir uns hier. Wow. Verdammt. Wow. Ja, übertreib's mal nicht gleich. Eins, zwei, zwei, drei. Ähm, hallo? Taktischer Stellungswechsel hat's gebracht. Okay. Taktischer Stellungswechsel hat's gebracht. Führende, ähm, hallo? Führende Reifung. Führende Reifung. Okay. Sogar einen Headshot. Wie geil. Sei ruhig. Verdammte Kacke. Okay. Okay. Schnell! Wohl noch welche. Was macht denn der? Ist der hier irgendwie bekloppt? Okay. Schnell weg hier! Ah. Okay, ich sah für kurze Zeit mal rot, doch der, der es verursacht hat, ist nun tot. Ähm, nein, nein, nein. Okay. Dann infiltrieren wir halt diese Anlage. Okay, das waren wohl alle. Wir infiltrieren die Anlage. Ähm, nur weil einer down gegangen ist, wissen die sofort, dass hier ein Schafsschütze ist. Das ist ein Schafsschütze. Das ist ein Schafsschütze, das ist ein Schafsschütze. Zum Glück hat er keine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Okay, dynamite is ready. Nee, nicht nur einer. Mehrere. Die Anlage wird immer mehr gecleant. Ich hoffe mal nicht, dass noch viele kommen. Ansonsten habe ich ein fettes Problem. Okay. Zweite Sprengladung platziert. Wo muss er noch hin? Da. Letztes Ziel. Wer ist hier? Ach Gott. Wieso musste auch gleich so ein Idiot daherkommen? Können die einem nicht mal in Ruhe die Anlage infiltrieren lassen? Ist ja erschrecklich sowas. Wer hat das gesagt? Da. Hier ist der Mann gefallen. Hallo? Wie viel hält denn der Penner raus? Ich schaufe. Ich schaufe. Ich schaufe. Ich schaufe. Sie ist unsere Katastrophe. Die Anlage AG ist aufgerüstungs. Ich schalte. Sie ist sicher, ich muss gar nicht mehr hello. Ich schaufe. Komm schon. Viele können es ja nicht mehr sein. Ja, ja, da hat er schon recht. Ich bin hier irgendwo. Oh, doch er weiss nicht wo. Und genau das ist so ein Problem. Okay. Gleich ist es für mich wieder blind. Bis zur Zwischensequenz kenne ich ihn noch. Aber... Danach ist es blind. Okay. Und da ich weiss, was auf mich zukommt, lege ich hier schon mal vorsorglich ganz fleissig Stolperminen aus, denn ich weiss zufällig, dass es nachher abgeht. Ja, super. Bis hier. Dann von hier noch eine bis da. Und von hier noch eine hier so rüber, sonst habe ich nichts mehr. Dann, na ja. Ich glaube, ich will... Dann, na ja. Dann, na ja.